einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zu die sims 4 die 100 baby challenge ich denke wir sind schon bei folge 20 die ich jetzt zum gefühlten zwanzigsten mal versuche aufzunehmen denn irgendwas stimmt schon wieder nicht mit sims es gab heute ein neues update und seitdem komme ich nicht mehr den baumodus also ich komme in den baumodus rein aber ich kann nicht suchen so wie ihr seht muss ich jetzt erst mal nala wecken denn lisa ist wach und lisa möchte was zum frühstücken und lisa kriegt obst und dann wollte ich versuchen euch also was zu gucken um euch zu erzählen dass ich mir eine video station kaufen möchte und einfach nicht aber ich habe sie jetzt einfach schon mal gekauft ich habe sie jetzt gefunden und ich habe sie gekauft eine video station ich habe sogar die teurere variante genommen das ist schon dabei und ich werde einfach versuchen so vielleicht ein bisschen mehr geld zu bekommen versuch macht ganz einfach das anderes kann ich nicht machen erst mal probieren so madame so madame so ich bin voll bei dir dass man sich aufräumt so und dann wollte ich das mal hier bisschen aufräumen reinigen aufwischen leicht staubsaugen Kind nimm dir was zum frühstücken hau dein ganzes Müllgeschöp Post ist da das war das letzte Mal nicht so so gut dann kann man auch noch Post holen und dann tun wir hier mal außer Kraft setzen so ich weiß du hast Hunger genau du hast ganz tolle viel Hunger du musst aufstehen und ein Gericht zu dir nehmen so Mike ist sehr hungrig ja ja genau deswegen wollte ich das nämlich machen Hallo Nala die Angler Angelsportverein sucht eine prominente Persönlichkeit für seine Kampagne immer frischen Fisch auf den Tisch mit der Jugendliche was mit der Jugendliche den Gesundheitsfördernden Angelsport begeistert werden sollen schließe in den nächsten 24 eine der folgenden Optionen ab um den Vertrag zu erfüllen lade dein aufgezeichnetes Videomaterial an die Videostation hoch unserer Werbeagentur wird das Bildmaterial so zuschneiden dass es aussieht als würdest du angeln und du wirst bezahlt dafür bezahlt dass wir dein Bild in der Kampagne benutzen dürfen schnapp dir eine Drohne und geh zu deinem Angelplatz zeichnen mit der Drohne ein paar authentische Angelszenen auf wenn du ein Angelvideo hochlädst erhältst du noch mehr Geld fort ah so der ist jetzt Madame tut jetzt leicht staubsaugen so und du solltest ja mach nur hau rein so du stehst bitte auf du musst ganz dringend aufs Töpfchen und dann darfst du auch ein Gericht nehmen so und du musst auch aufstehen und du musst gleich was essen so dann los auf Altronbad dann wieder so dann kriegen wir das Töpfchen bei dem da und ich wollte mich ja um einen neuen Mann kümmern naja es ist ja wieder Zeit langsam hier nachzuschieben mit Familie ehrenamtlich tätig werden nö jetzt nicht wir kümmern uns erst mal um die Kinder dass die Kinder alle versorgt sind hey mach die Wollmäuse weg jetzt geht die Baby aus du musst was essen so du bist fertig mit essen nein du rennst einfach hinterher ja dann haben wir den monster nämlich auch Aber vorher muss die noch aufs Zöpfchen. Also nicht baden, sondern beibringen aufs Zöpfchen zu gehen. Warte mal. Bist du bald fertig? Ja. Serafi! Oh nein! Serafi! Jabehorn Rob! Janesej! Suwota! Gernig! Amuuu! Serafi! Piffin! Nein! Piffin! 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 Nähm紀 aufräumen! Achso, du lässt das Kind auf dem Topf sitzen und jetzt baden? Ah ja! Bist doch ведь daneben, ne? So... Und dann kannst du mal hier bisschen plaudern. Nein, möchte ich nicht. Wo gehst du denn nur hin? Nein, kein Kursveranstaltungen. Nein, stopp, stopp. Du kannst hier schlafen gehen. Was ist denn du des Wahnsinns? Jedes Mal das Keputze. Wie lange tust denn du baden? Wie lange tust denn du baden? Und die Schall sitzt auf dem Topf und sitzt auf dem Topf und sitzt auf dem Topf und hat daneben gepinkelt. Na toll. Wo willst du denn hin? Spielen? Andere Möte haben ja überhaupt von mir aus. Wenn's schön macht. Wenn's schön macht. Wenn's schön macht. Heiß. Heiß. Ihr zieht euch doch um. Ihr Idioten. Kinders. Ihr müsst euch umziehen. Outfit ändern. Für heiße Temperaturen. Es ist Hochsommer. Outfit ändern. Heiße Temperaturen. Und dann kannst du mal dein erstes Video outen. Outfit's posten. Outfit's posten. Oh nein. Ein Video aufnehmen. Wir machen einfach einen lustigen Vlog. Outfit. So. So. Schnubbi. Ne mach mal. Du kannst ja auch mit der dich unterhalten. Über Lieblingszieher reden. Und dann könnt ihr über Party reden. Und über Prinzessin reden. Und über Superhelden 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 reden. Was willst du jetzt? Was du willst. Zuschauen. Das ist auch warm. Das war's. Das war's. Was du? Das ist es gut! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin ein Tafsid. Oh, Shirscha Haberi. Sistun Turf. Pifatau. Sheshire. Binkapa Beru. Gabba Gabba Pomeray Guas. Konflibo. Nisoda. Muchibichi. Wixinia. Zirkuni Swarspa. Sheshire. Binkapa Beru. Muchibichi. 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 So, was ist mit dir? Sprechen. Muchibichi. 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 Mich würde ja noch interessieren, ob das mehr Geld einbringen wird. Bei den Regeln zum Beispiel steht hier auch nichts. Aga Aga. Zirpa. Flish. Hando. Mit der Laute muss ich nämlich reden. Es steht in den Regeln nichts davon dründen, dass das verboten ist. In a probe. Haha. Bomsoidimpisch. Zumindest habe ich in den Regeln, die ich gelesen habe, nicht davon gefunden. Man darf bloß keinen offiziellen Job annehmen. Aber um Geld zu verdienen, von zu Hause aus, darf man so ziemlich alles machen. Apenu Smishi. Burgi. Shhh. Gabba Gabba. Pomeray Gwas. Konflibo. Flish. Hando. Befete Pelka. Benu. Oh, die zwei sind Freunde geworden. Das ist eine gute Freundin. Ja, direkt. So, und dann werden wir das halt probieren. Und wenn das funktioniert, dann ist das total zu toll. Und wenn das nicht funktioniert, also nicht besser ist, ja, das ist mir eigentlich völlig gleichgültig, wie das heißt, weil die soll das einfach nur... Ah. Und dann hochladen. Warte mal. Update-Pause. Auf. Und Tara. Ah. Ja, bitte. Ah, ja. Ich kann einsimulieren. Von mir aus. So. Zusatzkomponenten kaufen? Nein, kaufen wir jetzt nicht. Licht anpassen. Ich möchte aber doch gerne... Ah. 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 Ach so, geht das. Stimmt. Video bearbeiten. Oh. Kann ich was öffnen. Verachte mich doch bitte. Ja. Du bist meine größte... Inspiration. Ich liebe dich so sehr. Und hätte gern so eine positive Astralorität. Schau. Das ist ja alles wie... Hier. Mama. Was... Was geht denn bei dir? So. Aufstehen. Müsst ihr jetzt noch was zu essen? Gegen einen Negassen hätte ich ja nichts einzuwenden gehabt. So, du nimmst ja auch was zu essen. Ich hoffe jetzt immer von mir drauf. Du gehst auf Söpfchen. Und die muss erst mal arbeiten. Oh nein, jetzt ist das Essen schlecht. Das Essen ist schlecht. Oh, oh, oh. Öffnen? Da ist noch was drin. Gut. Da kannst du dir nämlich dann noch was zu essen holen. Und Madame? Schleif. Ach so. Ach so. Okay. Hey, das war schlecht. Das tut mir ja leid. Guck mal, seht ihr hier einer von was? Was mit dir? Du musst auch was essen. Oh Gott. Wie lange? Esst schnell. So, dann gehst du auch noch mal aufs Töpfchen. Ja? Dann kannst du schlafen gehen. So, ein Muttelmäuschen hat das auch. Und dann kann die auch schlafen gehen. So. Wenn die fertig ist mit bearbeiten, kann die sich mal im Rehnwangs mitnehmen. Ja. 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 Und geht. Ich bin hier Töpfchen bei dem. Vollreich bearbeitet und kann noch nicht mehr weiter bearbeitet werden. Okay. Das heißt, ich müsste das dann hochladen können. Die hat keinen Spaß. Keinen Spaß. Hallo? Hallo? Macht das was ich will? Jetzt. Aha. Upa! Upa! Through! Was? ich mache an der stelle jetzt schluss ich schaff die alle ins bett lasst sie das video noch hochladen vielleicht noch einen vlog aufnehmen und schick auch nala ins bett und wir sehen uns dann am nächsten tag wieder zur nächsten folge das ist es eigentlich ganz cool dass eine folge ungefähr ein tag ist nachts über passiert ja normalerweise nicht so viel und morgen werden wir mal versuchen bisschen geld ran zu scheppeln dass wir den ersten zwillingen also dieser und sarah ein neues kinderzimmer bauen können und wir müssen unbedingt einen mann einladen damit wir neue kinder zeugen können 100 babys vier haben wir 96 schwer noch in dem sinne habt einen wundervollen tag und wir sehen uns morgen früh wieder pünktlich 6 uhr tschüss